Eine ganz spezielle Frage. Achso, hier ist das da. Oder er ist das da. Ich weiß es. Oder er. Okay, du hattest, ich glaube, zehn Trainer. Liege ich richtig oder nicht? Ja, schon. Ich will drei Jahre trainieren. Okay, Frage. Warum hast du ein T-Shirt, ein Sweatshirt oder T-Shirt und auf diesem T-Shirt steht Fliege wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Warum hast du das T-Shirt? Warum? Du kennst das? Hier ist ein T-Shirt, der schreibt... Was heißt das? Steht das nochmal? Fliege wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Ja, ja, ja. Oh! Muhammed Ali, ja? Spare ca eine Flutere. Ca eine Flutere und in Teapung ca eine Albin. Ja. Warum hast du das? De ce? De ce? Cum de ce? Päi, diese waren vorbele von Muhammed Ali. Das war die... Die Sitzung von Muhammed Ali. Das war... Richtig? Richtig? Na dann? Gut Ali. Gut Ali. Ja.